Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute dreht sich alles um den Bucktool 500W Band Tellerschleifer. Ein kraftvolles Werkzeug, das bei Heimwerkern und Profis gleichermaßen beliebt ist. In unserem Test schauen wir uns an, was dieses Gerät wirklich drauf hat und ob es hält, was es verspricht. Bleibt dran, denn wir haben einige interessante Erkenntnisse für euch. Der Bucktool 500W Band Tellerschleifer überzeugt auf den ersten Blick durch seine robuste Bauweise. Der leistungsstarke 500W Motor sorgt für eine ruhige und vibrationsarme Arbeitsweise, was besonders bei längerem Einsatz ein großer Vorteil ist. Mit einer Schleifbandgeschwindigkeit von 552 Minin und einer Drehzahl des Schleiftellers von 2,980 Umdrehungen pro Minute, bietet dieses Gerät genug Power, um selbst hartnäckige Materialien mühelos zu bearbeiten. Der Schleifer ist vielseitig einsetzbar und kann sowohl horizontal als auch vertikal verstellt werden, was für Flexibilität beim Arbeiten sorgt. Ein weiteres Highlight ist der einfache Wechsel des Schleifbands. Dank der werkzeuglosen Schleifbandzentrierung und der Kletthaftung am Schleifteller geht der Austausch schnell von der Hand und spart wertvolle Zeit. Auch die Aluminiumkonstruktion des Geräts trägt zur Stabilität und Präzision bei, sodass bei der Arbeit immer gleichbleibend gute Ergebnisse erzielt werden können. Besonders für Feinarbeiten, wie sie im Modellbau oder bei der Möbelrestaurierung anfallen, ist der Backtool 500W Band Tellerschleifer eine ausgezeichnete Wahl. Zusammengefasst kann man sagen, dass der Backtool 500W Band Tellerschleifer ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Die solide Verarbeitung, die einfache Handhabung und die starke Leistungsfähigkeit machen ihn zu einem unverzichtbaren Helfer in jeder Werkstatt. Wer auf der Suche nach einem zuverlässigen und vielseitigen Schleifgerät ist, sollte diesen Schleifer definitiv in Betracht ziehen. Wenn euch dieser Test gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal für weitere spannende Produkt-Reviews. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.